Hallo Leute, hier ist Tyron1992 wieder und ich habe den Manga-System nochmal da im Gesicht gehabt. Und wir haben noch ein Manga-Magazin für euch. Ja, die Daiski. Die Daiski, seht ihr euch an, da ist sie. Das ist praktisch die Mädchen-Variante von der Manga. Genau. Da sind auch nur Shochumanga drin. Da laufen nur Shochumanga drin und hier ist sehr interessant, dass hier sehr viel Arbeit auch in die Vorwörter auch hier. Und da ist sehr viel Kram auch drin, der sich nicht um die Manga-Kapitel dreht. Also, ihr habt da, da sind auch irgendwelche Sachen immer aus Japan drin. Hallo, den kuscheligen Shoujo-Fans. Ach ja, stimmt, da ist es wohl hier immer. Aber wir haben ja auch dann sowas hier, so Hamtaro-Sachen gemacht. Ja, Hamtaro. Oh, okay. Oder hier, das sind irgendwelche süßen Rebellen hier, die irgendwelche Boys-Bands aus Japan. Die Tokio-Tales. Die Tales of Tokyo. Genau, also das sind auch so, ja, solche Sachen da. Und das ist auf den Farbe gehalten auch. Aber ich glaube, das Highlight bei diesem Magazin ist halt dieses Daiski-Lounge mit den Leser-Namen, mit den Brieffreundschaften, den Klubs und den Leserbriefen, weil die sind, ja... Und ihr, genau, ihr habt immer am Ende so Leserbriefe und ihr, der Manga-System hat die gerade in Farbe. Ich habe sie hier gerade in schwarz-weiß. Ne, hier bei mir heißt das Long-Charsen. Wir lieben Long-Charsen. Das ist hallo, liebe Daiski-Friends. Ja. Können Sie mal für ein Wort entscheiden? Und einerseits haben wir auch immer dann irgendwie die Leute, die Clubs gründen wollen. Das ist ja auch ganz oft vertreten. Ja, ja. Und die, wisst ihr, was komisch ist, die haben alle, die haben alle, die haben alle im Magazin, die haben ja immer Club-Seinschrift. Ja, oftmals sind so vier bis fünf Club-Anschriften da, also so Vorstellungen. Und es gibt bei den 90 Prozent immer einen Club-Mitglied-Ausweis und ein Magazin, was einmal im Monat oder so kommt. Wo ich mich auch frage, was ist denn aus dem ganzen Magazin geworden? Wenn wir in den Aussagskranken sind, ich glaube, in den meisten ist das drin. Wo sind denn die Magazinen? Irgendwo muss ja mal alles erschienen sein. Und vor allem frage ich mich, was da denn drin steht. Also dann muss ich vielleicht mal auf Ebay schauen, ob man da irgendwie was findet. Hier habe ich übrigens eine, die ich gerade gehabt habe, da kostet der Club im Jahr zehn Euro. Ja, genau. Einige verlangen auch noch Geld. Der eine hatte so einen Monatsbeitrag von 2,50. Da ist dann ein Jahresbeitrag von zehn Euro. Aber hey, das ist auch eine Sache. Da kriegst du ja einen Club-Ausweis, eine Club-Zeitschrift und Gewinnspiele. Als Privatperson? Ja, gibt doch YouTuber, die sowas machen. Ja, aber zu der Zeit ja hier nicht. Nee. Insbesondere nicht von einem elfjährigen Mädchen. Ja, was haben wir da wo gewinnen? Die haben ein belütztes Kaugummi. Bisschen so. Nicht so gemein. Was, aber was die doch im Bett finden noch so? Nein, aber ja. Ja. Suchst du gerade die Club-Anschriften? Ich schaue gerade mir so, was die Club-Anschriften auf denen haben. Was wir auch immer haben, sind so horoskopartig. Oder die China-Teile. Und das ist so witzig da, da steht dann so, weil es sind ja alles Mädchen ja so, das Schweine-Mädchen. Das Affen-Mädchen, das Drachen-Mädchen. Es ist so großartig. Es ist so großartig. Oder auch so einige Leserbriefe haben wir auch immer drin. Ja stimmt, Leserbriefe. Wo die auch Fragen stellen über die Daisuke. Wo die Fragen stellen über die Daisuke und warum die nicht wöchentlich erscheint. Genau. Dass sie dann die Arbeit über Kopf halten würde. Hier lief sogar ein Manga mal von der deutschen Zeichnerin. Ja, ja auch. Dieses Perf-Precision-Blue oder sowas. Ah, hier genau. Da sind sie, die Ratten-Mädchen, Büffel-Mädchen, Schlangen-Mädchen. Und das von der Zeit vor, ähm, vor Monster-Mädchen. Hier auch schon wieder an. Konnichiwa. Ich bin Mira, 12, suchen noch dringend viele Mitglieder für meine Manga, Anime und Japan. Es gibt ein Magazin, Ausweise, Gewinnspiele und so weiter. Euer Alter ist egal. Egal, der eigene da, da stand dann drin, ich suche Brieffreunden, Alter 14 bis 100. Ja, oder Alter, 20 bis 10 bis 4.000. Das ist so super. Also wenn wir mal schauen, wer ist hier noch alles für Magazin? Also sagen wir mal was, mit den Gewinnspielen haben die es aber auch hier. Aber was im Manga-Magazin am besten gefiel, das war das Ni Hao. Ja, die meisten benutzen da irgendwie Ni Hao. Ähm, Wely, das ist bei den ganzen da Brieffreundschaften, das hab ich ja hier schon. Also das ist pro Ausgabe, je nachdem, wie viele da drin sind, so Brieffreundschaftsanfragen. So mindestens bei drei, mindestens, ja. Ja, statt Konnichiwa oder Hallo. Also jetzt ist es auf jeden Fall schon mal dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Ach, du meine Gülle. Ja, ich glaub, siebenmal war es und ja. Was hältst du aber so von diesen Clubs, die ja gegründet wurden? Ja, ganz ehrlich, jetzt würdest du da Mitglieden wärst. Also ich glaub nicht, dass sich das groß hält. Also ich kann's mir halt irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Also in dieser Ausgabe haben wir 15 Clubs. Also es muss, ja, da erscheinen die ja einmal pro Monat. Es muss also so unglaublich viele Manga-Clubs in 2003 gegeben haben. Also in dieser Zeit so von 2000 vielleicht bis 2008. Und es so viele Clubs gegeben haben. Ist ja der Wahnsinn. Warst du mal in einem drin? Nee. Oder kannst du in der Schule so jemanden das machen? Nee, überhaupt nicht. Also da müssen irgendwelche Privatpersonen... Und eine Sache müssen wir noch besprechen. Das ist eine ganz wichtige Sache hier, weil diesen Clubs, nicht nur diese Clubs. Aber hier sind Brieffreundschaften. Genau. Also hier sind Brieffreundschaften. Und hier sind die vollen Namen, Vor- und Nachnamen plus die Adresse, wo die leben. Na klar, sonst kannst du auch theoretisch keinen Brief schreiben, ne? Ja, aber... Also es ist schon fragwürdig... Es ist schon fragwürdig, wenn eine Elfjährige ist, schreibt das Alte, ist egal für einen Brieffreundschaften. Ich heiße Daniela und bin 14 Jahre alt. Also wenn ihr mal Daniela besuchen wollt, Daniela Müller, am Steinberg 47 in 4106-1 München-Gladbach. Gebt Grüße raus. Mein Briefk... Hi, ihr da draußen. Mein Briefkasson schreit direkt nach Post. Könnt ihr mir nicht helfen? Ich bin elf Jahre. Ey, hier habe ich jemanden für dich. Hier steht nämlich... Es wäre schön, wenn ihr euch für selbstgeschriebene Geschichten interessiert. Also los, Fanfictions. Schickt die doch bitte an Naomi Marscheney am Heckendorf 7W in Wuppertal. Genau. Die können dann auch Bewertungen noch dazu abgeben. Ich bezweifle, dass sie begeistert sein wird von meiner Geschichte. Ja, und dann... Ja, ich meine, hier habe ich eben die Ausgabe. Da ging es um Karaoke. Oder... Ich weiß noch, wenn es ein Mal da, wo es um Gothic-Luddy das ging. Ja, da war zwei, zwei, drei Ausgaben ging es um Gothic-Luddy. Und da war es so furchtbar. Da war wirklich furchtbar. Und die Cosplayer, die Leute, die sind da angezogen. Das war ja das Furchtbare. Die Artworks und die Cosplayer waren ja furchtbar. Ich denke mal, von der Informationsgeld, was ein Magazin nun zeigen wird, wird, denke mal, in Ordnung sein. Aber diese Cosplayer und diese, ähm, ja, Zeichnung, die da gab, das war nicht schön, ey. Und, äh, was hier in diesen Ausgaben auch drin war, da wurde das Maskottchen gewählt und auch der Name des Maskottchens bestimmt. Ja, das konnte ich abstimmen. Der heißt Kisu. Das japanische Wort für Kuss. Ist das nicht süß? Kiss. Ist das nicht niedlich? Das heißt halt Kuss. Warum findest du das Maskottchen denn niedlich? Du bist ein kleiner Hase. Aber das Kuschel, die will ich auch noch kriegen. Auf Ebay sicher nicht. Mich interessiert nicht mehr die Klubzeitschrift. Also, Leute, falls du, also, falls du am Hangarsystem war was findet, vielleicht findest du auch so leere Klubausweise. In diesem Shop findest du die Dyski garantiert. Aber es muss eigentlich im Gegensatz zu der Bannseite, wo wir ein bisschen enttäuscht waren, weil ja da die, ähm, weil ja da diese lustigen Sprüche finden, haben wir hier aber die ganzen tollen Leserbriefen. Genau, hier haben wir ja bei der Bannseite, da fehlt das halt, was die Bannseite für uns ausmacht. Nämlich dieses komplett Verarscher, weil man das halt nicht mal so wirklich, mehr seriös nehmen konnte. Aber hier bei der Dyski, hier sind zumindest diese, ähm, ja, Leserbriefe drin, wo, was heutzutage so gar nicht mehr möglich wäre. Ja, also heutzutage würdest du nicht die komplette Adresse von jemandem liegen, als hätte ich von den Minderjährigen. Wassermarsch, Kiss wird getauft. Ja, hier habe ich das auch. Hier steht noch, hier, ähm, ich brauche ganz dringend einen Namen. Tja. Unser Girl in Tokio. Shibuya ist schicker. Oh, ja, hier, übrigens, willst du wissen, welches Geschlecht das Viech hat? Ein Mädchen? Na, übrigens, immer wieder werden wir gefragt, ist das Maskottchen eigentlich männlich oder weiblich? Die Antwort darauf lautet weder noch, denn Kiss hat kein Geschlecht und ist somit ein S. Ich dachte, das ist ein Mädchenmagazin, wäre es jetzt nicht sinnig gewesen, wenn das ein... Das Reisbärchen... Ja, was wollte ich noch sagen? Wie? Ich habe ein Mädchenmagazin, hattest du gesagt. Ja, aber ein Mädchenmagazin, dann müsste es eigentlich auch ein Mädchen sein. Nein, aber hier siehst du. Aha. Das habe ich also auch hier, die Reisbärchen im Früchtekorb. Oh, nee, aber schlimmer war es, als ob ich mir... Obstgarten, Obstgarten, Musik aus dem Obstgarten oder sowas. Liebe Dyski, Girls and Boys. Da bin ich noch etwas für die Gruppe aus, bitte. Äh, dann ist ja auch noch... Witzig ist auch noch diese, wenn man sich diese uralte Werbung für irgendwelche anderen Zeitschriften an guckt, dann steht da sowas, so wichtig wie deine beste Freundin. Die Mädchen. Übrigens, hier habe ich aber den Dyski-Buchtipp. Die Dyski-Buchtipp? Richtige Bücher? Ja, hier, warte mal. Die fließende Königin von Kai Meier, das steinernde Licht und das gelesene Wort. Hallo, ihr Süßen. Dyski in Kitty Wonderland. Oh, Mann. Ah, stimmt doch, mit dem Tello-Kitty-Ding, das habe ich ja gesehen, ja. Gottscheid, Mann. Handy-Fieber in Japan. Ja gut, das sind natürlich sogar interessante Sachen, die da manchmal stehen. Hier haben wir noch ein bisschen mit den Grosskiller-Liters, Nippon-Style Weekend-Grossick-Babes. Hört sich mehr aus, irgendwie mit einem Sex-Fanazie. Dyski. Morning-Sume. Interview mit Masa, Mi-Suda. Ja, das ist, das ist schon witzig so. Und wir müssen sagen, wir haben uns keinen einzigen in der Manga angeschaut. Also, wir haben eigentlich immer nur was hier vorne drin und was hinten drin angeschaut. Äh, das ist, das ist ein bisschen, man muss auch sagen, die hat am Anfang mal drei Euro gekostet. Und da hat man echt viel gekriegt hier. Ich meine, da sind auch echt viele Farbseiten hier drin. Also für drei Euro. Oh, oh, oh. Das muss ich vorlegen. Also, wenn ihr mal in Japan seid, Überlebens-Tipp. Ach, was ist das? Du kennst doch sicher das Gefühl, du hast deutlich hoffnungslos in Shibuya verlaufen. Möchtest ganz gerne die Gruppe Kich an das Schulmädchen da vorne fragen, wie du am schnellsten zum nächsten Bahnhof kommst. Damit sie nicht gleich weglaufen, aus Angst, Englisch sprechen zu müssen. Hast du eher Angst, wenn du sie überhaupt ansprichst? Hast du gesagt, dass du sie überhaupt ansprichst? Ich habe ja, sollte sie überhaupt ansprichieren. Holst du schnell dein geniales Survival-Item aus der Tasche. Zwei Sekunden blättert und Sumimasen beginnst du flüssig die Konversation. Aber dann gibst du doch auch der, der schon seit Jahren Japanisch lernt. Hiermit beginnst du flüssig deine Konversation. Und natürlich sofort mitnehmen. Aber ich habe hier noch was gefunden. Na. Ansonsten bin ich wie von so einer einschlägigen Seite. Eins am Körer, 13, so schreibenlustige Manga für 12 bis 2300 Jahre. Oh, ja, das heißt, oh, oh, das ist, okay. Ja, ja. Ich soll mich hören, ja. Ich soll mich hören, ja. Oh, puf. Also Leute, das könnte man, das könnte man heutzutage überhaupt nicht mehr machen, so. Dass man sich da hinsetzt und dann die Adressen von Kindern wiegt. Also merkt man mal, was für eine unschuldige Welt wir mal waren. Und dann hat das keinen Menschen interessiert. Das ist das Heftige eigentlich. Oh, hier ist es für dich. Bühne reif, Cosplay. Ach Gott. Einmal der eigene Held sein. Na, schön für die. Heute schon gepuschelt. Was? Das irrt sich sehr, sehr zweiteutig. Heute schon gepuschelt. So ein Kätzchen zum Berlin, ja. Es ist vielleicht auch immer so, wenn man einen Klub seinen Klubnamen noch nicht versteht. Ja, das ist so. Was für ein Klub bist du denn? Klub gar nichts. Hi Leute, ich habe vor, einen Manga-Klub zu gründen. Ihr könnt mir dabei helfen, indem ihr mir schreiben und Mitglied werden. Vielleicht habt ihr ja auch einen Vorschlag für den Klubnamen. Hm. Wäre vielleicht gut, wenn du es vorher weißt. Hier haben wir das übrigens mal. Wenn ihr das auch nochmal seht, hier ist das hier mit den Sternzeichen. Hier haben wir das Hahn-Mädchen. Hier haben wir noch mehr für Inuyasha. Montag bis Freitag um 5.15 Uhr. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz aktuell. Verwundert war ich auch, als ich in einem Magazin Weeman-Werbung gesehen habe. Talentlos und Aidoros, okay. Also ist das dann so der Anfang mit den ganzen Infosachen? Die sind sogar recht interessant, da mal zu stellen. Ist jetzt nicht so, dass das nur Müll ist. Liebe Schnuffis. Oh, scheiße. Ah ja, habe ich auch. Hallo, ihr Schnuffis. Aber hier sind die lieben Schnuffis. Die lieben Schnuffis. Also. Eure Klubs. Dice-G-DVD-Tipp, Dice-G-Manga-Tipps. Hier kannst du sogar eine X. Warte mal, beim Dice-G-Manga-Tipp. Was würdest du da erwarten? Hm, keine Ahnung, hier den nächsten Shoujo-Hit. Aber du würdest ja eben was VHS-Dice-G-Dios erwarten. Ja, klar, ja. Und auch von Karsen. Natürlich. Mädchen, die Coco von Egmont. Das ist der Manga-Tipp, der Dice-G-Dios. Ich habe das auch schon gehabt, da war in der Manga, das ist das nächste Video, Manga-Power. Ja. Da war ja auch Konkurrenzwerbung. Genau. Und hier haben wir das Tiger-Mädchen. Flo. Das Tiger-Mädchen. Tiger-Mädchen, ja. Und guck mal, hier siehst du das noch. Guck mal, da kannst du noch eine VHS-Box. VHS-Box. Guck mal, wie breit die ist. Ja, ja. Achtung, neue Manga. Die Rosen von Versailles, die Abenteuer der Lady Oskar. Sieht irgendwie seltsam gezeigt. Leben und Unschbesuch, naja, schön. Andere, die Frauen im Japanischen, das hatten wir auch schon mal irgendwo. Euer Anzeigen. Na ja, ich meine, jeder Dritte da sagt Konnichiwa. Und jeder Zweite... Sagt Grau. Hier habe ich zumindest mal ein Hai. Hai, ihr Süßen. Ich fühle mich sexuell bezüglich. Sie hat doch eine E-Mail-Adresse. Zu mir geben. Ist die doch aktiv. Soll ich Warnschlafen? Wie heißt die denn? Leute, die haben eine E-Mail-Adresse. Schreibt sie doch mal an. Sie sucht noch Brieffreunde. Ja, hier. MBG? Welcher davon jetzt? Da. Also mbg-girl.web.de Ja. Also Leute, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr was davon, ob ihr eine Antwort gekriegt habt. Ob sie immer noch Freunde sucht. Was, wenn wir ein bisschen, oder wenn man da jetzt hinstellt oder zu denen fährt. Ich meine, das sind so viele. Wir haben ja weniger, wo drei, vier Seiten dann los. Die können dann, denkt man, wir sind ja wirklich zu uns an. Nö, guck auf. Wir können... Man übernimmt ja auch das Haus oder so. PP-Spray. Stell mal, wo du klickst da. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Wir wollen so gerne Brieffreunde mit Brieffreunde werden. Wir haben ihre Anzeige in der Dyski gesehen. Die ist zwar ungefähr 17 Jahre alt, aber auch gut. Na, jetzt sind sie älter. Ja, ich meine, die Anzeige ist 17 Jahre alt. Dyski kommt, da habe ich jetzt jeden Monat stressfrei zu dir nach Hause. Ja, das war dabei so. Mit dem Dyski-Abo. Da hast du einen komischen Ordner bekommen mit dem... Nur für Dyski-Abonnenten. Der Dyski-Prämienplaner. Als man noch Hausaufgabenhefte und sowas geführt hat und noch nicht sein Handy dafür benutzt hat. Wir haben Hausaufgabenhefte geführt. Doch, ich schon. Weil ich die Hausaufgaben nicht gemacht habe. Ach so. So geht das hier aber nicht. Na ja, also... Girls Club. Girl Power nur für dich. Ja. Ach nee, weißt du, wie witziger war dieses andere, wo doch hier hinten irgendwie stand in das Magazin mit Boys und Sex und... Ja, ach, das... Ja, ach, das... Ja, ach, das muss ja eine Frau noch spielen. Und wir erzählen euch, was Boys wirklich denken und sowas. Na ja, für ein Mädchen, wenn man jetzt hier so kleine Mädchen ist. Na ja, ich würde sagen, die Dyski waren sicher ein witziges Magazin. Ja, die Dyski damit hatten wir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ich meine, hier, seit am Anfang hat die noch 3 Euro gekostet. Ich meine, für viele Farbseiten hier am Anfang drin... Farbseiten sind viele, die sind auch recht dick. Ist dicker als die Banzai. Da ist immer unterschiedlich. Es gibt auch... Ich hoffe, da ist auch insgesamt so ein Bild zusammen, oder? Ja, 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 das ist ein Rettmentier zusammen. Mega Manga-Mix für Mädchen. Da war die Welt noch in Ordnung, da durfte man sowas noch aufschreiben. Und was man natürlich auch sagen muss, egal wie beschissen das Heft letztendlich ist, man muss bei dem Heft eine Sache sagen, dem Heft eine Sache respektvoll, nämlich es ist das längste Manga-Maratin, was hier in Deutschland lief. Alle anderen Manga-Twister, Manga-Pau und die Banzai sind schon vorher geendet, aber die hat sich wirklich... Lange gehalten. Und das muss man dem Magazin schon wirklich lassen. China Stars im Mai, J-Pop-Gewinnspiel. China Stars? Ja, es ist doch hier... Und dann J-Pop? Nein, es ist hier wegen diesen Sternzeichen. Ja. Dann müsste man es China Sterne wahrscheinlich. China Stars. Achso, also wir haben ja China. Ja, China. Wir haben ja keine Musik hier jetzt. China Stars? J-Pop? Okay. Also das war hier die Dice, gell? Du siehst halt auch dieses K-Pop noch gar nicht. Heute war da wieder ganz viel K-Pop drin. Ja, heute war da wieder ganz viel K-Pop drin. Da kannst du aber sowas von wenden. Aber auch eigentlich zum einen Inhalt, was sagst du zu den Manga, die eigentlich drin sind? Ah, der Wahnsinn. Also ein paar finde ich ganz nett. Also ich habe hier dieses Skip-Beat mal gelesen. Und dieses Fruit Basket habe ich auch mal was von gehört. English Sanctuary war ja auch, glaube ich, drin. Jeder war nur Werbung drin. Ah, okay. Das habe ich jetzt gesagt. Aber ansonsten, es sind halt typische Shoujo-Titel. Genau. Missiles Happy. Außer was halt wieder, was ich da so ein bisschen fremdscham finde, ist halt der deutsche Mangaka hier drin. Dieses Prussian Blue. Und man sich so denkt, du siehst auch direkt hier, du siehst direkt vom Cover, dass das ein Deutscher ist. Ja. Also dass das kein japanischer Manga ist. Automaten City Tokyo. Ja, das ist wirklich wahr. Sehr hit, die japanische Schul-Uniform. Total hit. Bei uns, ich sehe niemanden anderen mehr außer japanische Schul-Uniform rumlaufen. In und out in Tokio, ja. Naja, also das war es dann für die Daisuke. Ja, Daisuke. Daisuke, das war wirklich ein basiles Magazin. Genau. Da haben wir immer wieder einen Schallanspiel in den ganzen dämlichen Clubs und Laserbriefen, wo, wenn da steht, ich bin einsam mit Kür. Und, oh Gott, wie viele Club-Ausweise da, wo manche wohl haben, wenn die sich da in vielen da angemeldet haben. Hallo, einsame Kür. Hallo, einsame Kür. Ich bin ein einsamer Typ. Aber auf der Suche nach Liebe. Aber auch wirklich hier dieses, ähm, ja, mit diesem Club-Magazin. Ich muss mal schauen, wie ich das bekomme. Da waren noch so andere Dinge, die waren in November schon so ein anderes Magazin drin. Das holen wir uns für ein anderes Mal. Ah, genau, die Kawaii. Die Kawaii und die Otaku. Ja, genau. Das war, ja. Also da, ja. Kawaii. Also das ist wirklich ein interessantes Magazin hier. Da hatten wir wirklich viel Spaß mit dir auch. Genau, das kann man auf jeden Fall sagen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Würde ich sagen, das war es von diesem Video. Mein ganzes Team, danke, dass du dabei warst. Gerne doch. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann und auf Wiedersehen. Ciao.